Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu meinem allerersten Real-Life-Video. Also ich habe selbst nie damit gerechnet, dass ich jetzt hier sitze und ein Real-Life-Video drehe. Also nie und immer. Und ja, mit meiner Facecam, mit der Logitech, jetzt lass mich nicht lügen, irgendwas mit CC150, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls sie hat, ich glaube, 40 Euro gekostet. Ich habe sie jetzt schon seit zwei Wochen, aber konnte sie leider, leider nicht einsetzen, weil ich wollte ja eigentlich schon ein Facecam machen, ist ja ganz klar, ne? Aber irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie ich das haben wollte. Also ich konnte das irgendwie nicht richtig einfügen. Aber ja, deswegen muss ich jetzt auch so ein Video machen, aber ist auch besser so, wenn ich mich jetzt einfach so zeige. Eigentlich sollte das ja im Urlaubsvideo sein, dies, das, ne? Aber das ging auch nicht, also es ging einiges nicht in letzter Zeit und deswegen mache ich es einfach so. Ich hoffe, es ist in Ordnung und ich hoffe, ihr seid zufrieden, weil ihr wolltet es ja wirklich unbedingt, ihr wolltet mich unbedingt sehen. 100 Likes beim Buki, 70 bei mir, 70 Likes. Ey Leute, ich hatte noch nie in so kurzer Zeit 70 Likes auf einem Video. Ich wusste nicht, was mit euch los war und ich habe es euch versprochen, dass ich es eigentlich schon letzten Monat hochgeladen hätte, aber ihr kennt mich, es klappt nicht immer so, wie es halt klappen sollte und deswegen ist es jetzt erst oben und ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Was auf jeden Fall wichtig ist, ich wollte es auf jeden Fall vor der Gamescom machen, die steht ja jetzt nächste Woche schon an, also ich freue mich so tierisch drauf. Ich werde am Freitag und an dem Samstag da sein. Samstag ist auch ein Funwelttreffen geplant, ich weiß aber nicht, wo da und ich weiß auch nicht, um wie viel Uhr. Also müsst ihr einfach mal gucken, ich werde da denke ich noch ein paar Infos raushauen, bleibt am Ball. Und ja, am Freitag ist glaube ich Debitor LP Time, der macht hinter Halle 8, da war auch letztes Mal schon einiges los mit Ungespiel, Dehner und wie sie alle heißen, die sind dann alle da. Werde ich wahrscheinlich dann auch mal vorbei gucken, nö, wenn ihr mich da irgendwie sehen solltet, könnt mich ja mal anquatschen, ne. Wie ist das? Der eine oder andere wollte sogar ein Autogramm von mir und da muss ich sagen, ich bin ein ganz normaler Junge. Wieso sollte ich ein Autogramm geben, aber wenn ihr das haben möchtet, mache ich es natürlich, ist kein Problem, ne. Ich mache es gerne, nur ich fühle mich glaube ich dabei ein bisschen komisch, weil, oder es wird auf jeden Fall richtig lustig. Naja, es wird mega geil, Gamescom ist immer geil, es gibt leider keine Tickets mehr. Ich hatte auch gerade noch so wirklich Glück und habe noch eins bekommen. Und ja, aber das soll jetzt hier auch nicht das Thema sein, ich wollte mich einfach nur zeigen und vielleicht folgen bald schon mehr Real-Life-Videos. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Das könnt ihr auch mitentscheiden in den Kommentaren und da würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal auf meinem Kanal wieder. Macht's gut Leute, ciao!